So, Freunde der Sonne, ich habe mal ein neues Spielchen gefunden, Disco Tycoon. Eines der wenigen Tycoons, das auch mal Spaß macht. Äh, spielen. Äh, was machen wir denn für eine Aufgabe? Machen wir, glaube ich, mal ein freies, freies, freien Modus, Dingern. So, hier sehen wir unsere Security. Unsere, keine Ahnung. Alter, wieso ist denn der Raum immer noch so klein? Na gut. Ja, 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 ja. Machen wir jetzt hier kein Show. Hallo. Auch richtig geil, die Animation, wenn die Gäste kotzen, ey. Ich schwöre, da bepisst ihr euch. Was seid denn hier? So, wir bauen jetzt Interieur, was auch immer das heißen mag. Ähm. Ne, ich brauche erstmal die dicke Bar. Boah, ich weiß gar nicht, wie ich die bauen soll. Ich glaube, erstmal da hin. Ne, diecke. So. Zack. Zack. Und dann noch eine kleine Ecke. Nein. Wtf. Warum passt das nicht? Hallo? Na gut, dann nicht. Wir bräuchten auf jeden Fall eine Klimaanlage. Kosser und Schweine muss. Frühstück sollen reichen. Dann bauen wir mal Boxen. Ich glaube, drei sollten reichen für genügend Bums. Dann eine... Nein. Hallo? Eine Tanzfläche? Hm. Boah, Gurkostank. Auf jeden Fall. Ähm. Passt da noch der DJ rein? Ah, Stühle gibt's ja auch. Wusste ich gar nicht. Hab ich überhaupt noch Kohle? Ja, Kohle hab ich noch. Ich glaube, ich sollte den weg machen. Ja, sollte reichen. Äh, boah, es hat eine Hitze, ey. Ich geh kaputt. Dann bauen wir mal auf jeden Fall einen fetten Laserlicht hin. Den drehen wir. So. Machen wir mit Blau. Blau sieht schon aus. Scheinwerfer. Naja, soll genügen. In die Nebelmaschine. Ast rein, ey. Ist hier auch richtig rum? Ah, so rum. Fertig. Äh, wir brauchen auf jeden Fall einen DJ. Ah, die brauchen wir auf jeden Fall. Standard-Kugel. Äh, Google-Stimme. Na, erstmal nicht. Wo war denn der DJ? Okay. Da. Bogen wir auf jeden Fall relativ cool hin. So. Jetzt müsste ich eigentlich alles haben. Ne, hier machen wir auch nochmal was hin. Ach, ich kriege elektrische Anfälle. Nebelmaschine. Nein. Ach. Doch nicht zwei. Verkaufen. Eine Schaummaschine. Das sieht gut aus. Ich glaube, die sollte ich auch gleich mal bauen. Okay. Na, für die ab. Soll doch erstmal genügen, oder? Tanzfläche habe ich alles. Theekache habe ich alles. Hm. Man kann sogar Bilder machen. Ich bin begeistert. So, jetzt kümmern wir uns um unser Personal. Erstmal einen Fotograf. Äh, Putzkraft eine. Ein DJ. Sehr gut, hier brauchen wir erstmal nicht. Eine Aushiltskraft. Ach, was mache ich denn? Boah, fast 500 irgendeine für die Olle. Ja, stimmt. Brauche ich ja noch eine Goro-Stange. Wo auch immer die war. Ich glaube, hier. Ha. Na, Hallöchen. So, jetzt müssen wir uns mal um die Lagervorräte kümmern. Wodka geht immer um. Bier. Likör. Okay. Energy. Was war das? Limonade. Ja, mit Sicherheit. Und bestellen wir uns noch was haltbares Pizza. 10 Kilogramm, ey. Ah, wer frisch und Salat. Und Cheeseburger. Ah, so reichen. Keine Klimanlage vorhanden. Warum nicht? Habe ich doch. Oh, wir haben noch relativ gut Kohle, ne? Warenlager. Werbekampagnen. Was mache ich denn heute? Flyer-Werbung. Flatware. Ja, mit Sicherheit nicht. Nein. Ach, ich bin nicht. Ah, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Wollte ich sowieso mal gucken, wie das aussieht. Hm, ob das was bringt. Na, fertig ab. Äh. Werbekampagnen. Schaumparty. Eventbuchung. Auf jeden Fall. So, Attribute. Ich mache alle mal 20 Cent teurer. Auch ganz geil hier. Wodka. Kostet 4,80 Euro. Und kriegen nur einen Gewinn von 1,30 Euro. Auch nicht schlecht. Ignorieren erst mal. So. Ah, warte mal. Hier können wir ja noch mehr machen. Einlass. Ah, machen wir 54. Dancing House. Wann machen wir denn? Hacke Party oder was? Mixed. Mixed. Einlass Musik. Darlehen. Ach, wir haben kein Darlehen. Okay. In Standbehaltung. Ist auch alles in Ordnung. Statistiken. Gut. Dann können wir die Party starten. In den Nachtmodus wechseln. Ja, sicherlich. Alter, das flugt da, oder? Ich kriege keine Besucher. Warum nicht? Underground. Oh, da kommen schon die ersten Gäste. Dann geht's ab in die Disco, Disco. Ne, das hört mich voll an so an, ey. Disco, Disco. Oh, die Laserdinger sind cool. Machen wir mal schneller, hier. Yeah, Disco, Disco. Das ist so geil, das Spiel, ey. Macht auf jeden Fall gute Laune, ey. Ich hoffe mal, ich kriege keinen Content-ID-Treffer wegen der Mucke, ey. Man weiß ja nie, ey. Boah, volle Hütte, ey. Was ist denn jetzt? Irgendeiner kotzt. Ne, die Schaumparty geht klar. Ach, jetzt hab ich das Ding falsch rum, ne? Ach, fuck off, ey. Ach, wie schlecht von mir. Scheiße, beide falsch rum. Ha, wie dumm. Egal. Der arme DJ, alter. Der ganze Pult am abdancen. So, der Fotograf soll mal ein paar Fotos machen. Da haben wir noch Lagervorräte. Na, wie schmiert das jetzt? Express-Lieferung kostet 200 Tacken, ey. Das ist ja arm von... Aber wir können jetzt die Klimaanlage mal voll aufdrehen, ey. Ah, doch, erfüllt seinen Zweck. Boah, volle Hütte, ey. Wie geil. Ah, irgendeiner kotzt jetzt. Ne, die Go-Go-Tin. Sorry, den Danzt. Boah, wie soll alle da rumstehen wie die Geier, ey. Ach, der Schaum geht gut weg, ey. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ich dachte eher, das wäre so... Naja. Boah, was hat er denn für eine Fresse? Boah, das kann Menschen zeigen, den Bengel. Oh, ja. Go, go. Aktivieren Sie die Nebelmaschinen und nicht... Nicht der... Alter, die habe ich doch alle an. Ach, Nebelmaschinen, alle an. Mach mal ein bisschen Nebel, ey. Boah, alle zugepölt hier. Na, kotzt jetzt einer oder die Bohnen kommen? Ja, er kotzt jetzt, achtet. Ach, ne, Notarzt. Gast ist zusammengebrochen. Es muss ein Notarzt gerufen werden. Jetzt achtet, wenn der Notarzt kommt. Wo ist er? Da ist er. Also, wenn das so schnell geht, mit dem wieder... ...klar werden, dann hätte ich das schon oft genug gebrochen. Und jetzt... ...weiter geht's mit der Party. Oh, was ist jetzt los hier? Hardcore? Boah, 83 Members. Ach, Members. Disco, Disco. Ich brauche nur... Ah, scheiße, hier muss ich noch so eine Kugel hinbauen, ne? Ah, fuck, haben wir... Boah, jetzt kotzt du eine auch noch? Ja. Ist auch geil jetzt, oder? Die kippt um. Ach, schon wieder. Alter, ihr sollt nicht so viel saufen. Wie kannst du denn? Guck den euch an, ey. Oh Gott, ey. Sag mal, wieso hältst du denn das Glas... ...so fest? Boah, ich hab einen Punk in der Bude. Muss ich rausschmeißen gleich. Nee, was ist mit euch? Kotzt du jetzt? Mein Gott, hat die einen Vorbau. Ja, sieh Gott, jetzt... Achtet. Gib da einfach von der Latschen. Und steht wieder auf. Na, du alte Sau, dich werfe ich jetzt raus. So geht das schon mal nicht. 98, ey. So viele passen hier gar nicht rein, ey. Meine Putzfrau hat auch gut zu tun, ey. Polizei bestechen, ja sehr. Zack. Habe ich mal Lagerbestände? Ja. Boah, 27 Grad in der Bude. Ich glaube, ich mach mal... Oh, oh. Allen ist es zu heiß. Na gut. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass die dann mehr saufen. Alter, Leute, was macht ihr hinter der Theke? Ich klopke sie erst mal in eine Pizza rein. So, 2 Uhr. Alter, ist denn hier los? Technik ist alles an. So, machen wir Disco-Disco. Ach, jetzt kotzt wieder einer, ne? Ach, nein. Meine Boxen gehen im Arsch. Gut, dass ich mehrere gebaut hab. Boah, ich muss die Nebelmaschinen da erst mal umstellen. 107 Stück. Ich geh am Stock. Mein Gott, was geht denn jetzt schon wieder los? Kurzerei. Ja, lecker. Auf mein Disco. Alter. Reinigungskosten verlangen. Auf jeden Fall. Boah, ich glaub, ich sollte mal... ...Einlasssperre verhängen. Das sieht doch ganz gut aus, ne? Oh, fuck off, Alter. Kein Rum mehr. Das muss ich gleich nochmal nachbestellen. Äh. Obwohl ich an Stromkosten bezahlen müsste. Aber wir sind im Spiel ja nicht. Und was geht denn hier aus? Oh, keine Nachos mehr. Äh. Salat? Na, wir fristen Salat. Pizza 7 Kilo. Cheeseburger 8 Kilo. Bestellen. Okay. Da, 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 da. Oh, was nimmt's los? Ich seh nix. Irgendeiner kotzt da wieder hin, ey. Oh, ich könnt kotzen. Das machst du sauber. Oh, die Putze ist hier dauerhaft beschäftigt, ey. Oh, die Putze ist hier dauerhaft beschäftigt, ey. Ach, was denn jetzt schon wieder? Ach, die Klimanlage geht platt. Okay, aber was kauft ihr denn für ne Ware, ey? Ist doch auch nie normal, oder? Ich sollte, glaub ich, noch ne zweite Bar eröffnen. 5 Uhr ist, glaub ich, Ende, oder? Ne. Ach, jetzt geht die platt. Jetzt geht noch alles platt. Oder wird beendet. Der DJ hat's voll drauf. He gets so pumping up, I'm pumping up. Schöner Schaumeffekt, muss man auch mal sagen. Let's go dancing. Oh, hier die Pizzagang. Ich glaub, 6 Uhr geht das, ne? Boah, alles kaputt hier, ey. Ach, ne, Schaumparty ist zu Ende, okay. Na, 15 Minuten noch, dann ist es vorbei. Boah, wird da hingepisst. Sonne. Für Schweine, ey. So, jetzt kriegen wir die Statistik. Boah, sieht aber sauber aus. Einnahmen, 1600, Waren, Wasser, wer hat denn hier am meisten gesoffen? Pizza, lol. Und Nachos. Eintrittsgeld, boah, 590. Webseite, Fotos, Klicks, ach, da kriegst du auch Kohle für. NotArts, 150, willst du mich verarschen? Machen wir mal teurer, ja, ne? Sechs. Instandhaltung, 59 Euro, glaub ich. Ja. Na gut, machen wir hier mal einen Cut. Bis denn. Bis denn.